So, hier haben wir euch noch ein drittes Schaltungstraining zur Verfügung gestellt. Ihr könnt wieder den Film anhalten und selber versuchen, die Lösung zu finden. Wir präsentieren euch jetzt unsere Lösung. Es handelt sich ja hier um eine einfache Reihenschaltung. R-Gesamt ergibt sich zu 1,6 Ohm. Der Strom I gleich U durch R ergibt sich zu 7,5 Ampere. Dieser Strom wird sich an diesem Punkt hier aufteilen. Und 6 Ampere gehen den Weg über R1. 1,5 Ampere gehen den Weg über R2. Ermitteln kann man das, indem man rechnet, I gleich U ist ja in der Parallelschaltung überall gleich, gleichgeteilt durch R, also einmal durch 2 ergibt 6 und einmal durch 8 ergibt 1,5 Ampere. So, der Spannungsabfall UF wie gehabt 0 Volt. Der Spannungsabfall US ebenfalls 0 Volt. UR1 12 Volt, UR2 12 Volt und die Potenziale A und B natürlich mit 0 Volt und C und D gleich mit jeweils 12 Volt. Kommen wir zur letzten Schaltung in diesem Schaltungstraining. Eine Mischschaltung, die sich aber dann bei genauerer Betrachtung doch auch als Reihenschaltung entpuppt. Und zwar ist der Widerstand R3 defekt. Hier ist der Widerstand unendlich, also wir haben eine Unterbrechung vorliegen, beispielsweise eine heizbare Heckscheibe, bei der ein Heizdraht defekt ist oder etwas ähnliches. Diese Reihenschaltung ist dann relativ einfach aufzulösen. Der Ersatzwiderstand von R34 ist dann logischerweise gleich R4, also 2 Ohm. R-Gesamt ergibt sich dann in der Reihenschaltung zu 24 Ohm. Die Ströme, I-Gesamt 24 Volt geteilt durch 24 Ohm 1 Ampere. Entsprechend die Teilströme, I1 und I2 mit 1 Ampere. I3, Waldeffekt 0 Ampere, I4 1 Ampere. Die Spannungsabfälle, wie in den anderen Schaltungen auch gesehen, natürlich mit der Sicherung R gleich 0. Kein Potenzialunterschied an den beiden Stellen, also 0 Volt, US ebenfalls 0 Volt. UR1 ergibt sich zu 11 Volt, nämlich 11 Ohm mal 1 Ampere. Ähnlich ist das bei R2, bei UR2 dann entsprechend. Und UR3 und UR4, es verbleiben eben die 2 Volt für die Parallelschaltung. Wir hatten das auch in einer anderen Schaltung schon besprochen. Zu den Potenzialen, wir messen zwischen dem blauen Messpunkt, hier hinten in der Ecke an Batterie Minus, zu den Messpunkten A, B, C und D. Es ergeben sich für A und B natürlicherweise 0 Volt. Schauen wir uns zunächst mal den Punkt D an. Das ist natürlich der Spannungsabfall über der Parallelschaltung, also 2 Volt. Und der Messpunkt C hat den Spannungsabfall über R2 plus R4, also 13 Volt. Das ist natürlich der Spannungsabfall über der Spannungsabfall über die 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 Spannungsabfall über die